Informier dich über Volk und unsere Branche. Schreib dir mindestens vier Fragen auf, die zum Volk, aber auch zum Preu-Freundlichsloch sind. Gibt es Gespräche mit Kollegen, Eltern oder Lehrern? Oder vor dem Spiegel? Einen Tag davor machst du dir Sachen parat. Notizbock, Lehrstellungserat, Bewerbung, Einladung und ein Stift. Schau, dass du ein geflagtes Erscheinungsbild hast, nicht zu viel Paufung und Make-up. Lange du Zeit für deinen Anfahrtsweg. Falls doch etwas passiert, kontaktierst du sofort deine Ansprechperson. Erzähl etwas über deine Stärken, aber auch etwas über deine Schwächen. Du musst keine Angst vor kritischen Fragen haben. Du hast ja schon gut vorbereitet. Falls doch nicht eine Frage beantworten kannst, ist es nicht schlimm. Du bist einfach ehrlich. Bleib immer positiv und sachlich, egal wie ein Spruch abläuft. Stell die Sendung vom Spruch im Flugmodus oder auf lautlos. Immer aufmerksam bleiben. Mach deine Notizen, bei Unklarheiten, Ein- und Aufrägen. Zeig Interesse offen und ehrlich. Du dein Gespräch nie selber beenden. Dann mach dein Gegenüber. Merk dir den Namen bei der Begrüssung. Schreibst du dir am besten auf. Achso, hast du dich bitte verabschiedet? Ich Altisch. Ich bin聴ge ich. Ich bin ihn. Untertitelung des ZDF, 2020